Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Kanal, zum Video wie man das auch immer bezeichnen möchte heute geht es mal ein bisschen um was anderes beziehungsweise größtenteils um was anderes als um die Modellbahn ich möchte gerne mal, was ich eigentlich eher selten mache genauer gesagt mache ich es jetzt eigentlich zum ersten Mal, aber egal mal auf die Kommentare vom letzten Video eingehen, weil da war ja ein bisschen viel los ich will mal damit anfangen das ist da das letzte Mal so ein bisschen aus meiner Sicht ein bisschen ein bisschen viel Kommentar geworden ein bisschen sicherlich auch was hier und da in den falschen Hals bekommen wurde ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten an und zwar ging es darum, dass jemand reingeschrieben hat ja, ihr Klugscheißer und sowas alles ganz im Ernst einmal nehme ich jeden hilfreichen Kommentar auf mache da auch keinen großen, großen Hehl drum und verstehe dann immer nicht, wieso man sich bestimmt sechs oder sieben Mal so ein Thema selber nochmal äußern muss und nochmal äußern muss warum, warum, warum und eigentlich immer das Gleiche sagt und ich habe halt auch nochmal reingeschrieben zu diesem Kommentar, wo es dann um Klugscheißen ging dass man das mehr oder weniger gewohnt ist egal ob aus dem privaten Leben oder oder ich das gewohnt bin aus dem privaten Leben oder halt hier von YouTube weil ich mache jetzt YouTube auch schon ein bisschen länger und gebe auf solche Kommentare dann nichts das war allerdings mehr drauf bezogen auf so Kommentare wie keine Ahnung ja, habe jetzt genug gesehen und habe nach ein oder zwei Minuten abgeschaltet ohne irgendwie einen Kommentar dazu zu lassen warum, wieso, weshalb und klar konnte ich mir da bei dem Kommentar auch denken zum Beispiel weil ich ja, in dem Video ein bisschen mit der Handykamera rumgegangen bin und hier was erklärt habe, da was erklärt habe und immer mal äh, mh und mh gesagt habe war auch ein bisschen viel, stimmt aber ich finde man kann sowas ein bisschen anders rüberbringen und da meinte ich auch so Sachen wie ja, manche wollen sich halt immer mal zeigen und dass wir dann auch da sind und so weiter dann ging es allerdings auf andere Kommentare die das sich so ein bisschen scheinbar ein bisschen ernst genommen haben und auf sich bezogen haben in allererster Linie bin ich für jeden Kommentar der hilfreich ist zum Beispiel gab es viele Kommentare zum Thema Dachbodendämmung und allgemein zu meinem Raum oben und die nehme ich alle auf die nehme ich alle auf und verarbeite die erstmal für mich das heißt ich antworte nicht sofort drauf oder ähm zum Beispiel wenn ich da nicht sofort drauf antworte nehme ich das trotzdem wahr ja und dann braucht man eigentlich auch nicht immer weiter zu schreiben und weiter zu schreiben und weiter zu schreiben und deswegen ähm ja war das so ein bisschen ähm auch so ein bisschen darauf bezogen tatsächlich ist es aber so dass ich wirklich jeden Kommentar und ich nehme mal an und jeder der auch einen hilfreichen Kommentar schreibt möchte auch helfen und es geht nicht darum ähm dann irgendwie klug zu scheißen das sehe ich auch nicht so nur weil das jemand nehmt jemand reinschreibt ist es nicht gleichzeitig meine Meinung ich glaube das hat einer so ein bisschen ähm so auf sich bezogen ähm ist allerdings nicht so möchte ich klar dazu sagen und ähm werdet ihr jetzt hier gleich auch im Video sagen ähm feststellen dass ich solche Sachen auch ernst nehme ähm und daraus auch meine Schlüsse ziehe also das darauf gehe ich später noch drauf ein wie es dann hier so weiter geht ähm nur ganz klar dazu mal jeder Kommentar der hier was hilfreiches reinschreibt möchte zumindest gehe ich mal davon aus dann auch helfen ähm und nicht irgendwie klug scheißen ich verstehe allerdings auch denjenigen der das dann reingeschrieben hatte ähm ja ihr seid ja als klug scheißer und sowas oder so viele klug scheißer hier oder irgendwie sowas aber keine Ahnung verstehe ich auch irgendwo weil es ist bei YouTube halt einfach darauf habe ich es aber eher bezogen auf diejenigen die sich einfach nur mal ein bisschen zeigen wollen dass sie auch da sind und ähm ich mache YouTube schon lange und ich kenne sowas ich gehe da meistens nicht drauf ein weil es einfach Schwachsinn ist das ist allerdings nicht auf diejenigen bezogen die da wirklich helfen wollen na auch nicht auf die die dann einen halben Privat-Chat dann draus machen ähm in den Kommentaren auch das nehme ich alles auf und alles gut ganz wichtig zu wissen weil einer war dabei der hat sich das glaube ich so ein bisschen auf sich bezogen und dem ist tatsächlich nicht so und ich sehe es erst recht nicht so dann ging es um die Sache ähm dass der Raum halt nicht so geil dafür ist für die Modelleisenbahn ich hatte mir ganz ganz am Anfang darüber mal in den Kopf gemacht ähm wie es dann halt aussieht ähm weil klar Holz arbeitet ähm wie kaum kaum ein anderer Lackstoff das ist mir schon bewusst das war mir auch eigentlich auch vorher bewusst nur ähm hatte ich dann wirklich aus Vergangenheit aus Leute die ich kannte äh die hatten eine Modelleisenbahn wirklich mit deutlich schlimmeren Zuständen wie sie bei mir oben auf dem Dachboden sind und ähm was auch Feuchtigkeit betrifft oder äh wechselnde Temperaturen und alles ähm da kenne ich Leute die haben was ist die haben eine Anlage auch auf dem Dachboden oder auch in der Garage gerade in einer Garage die jetzt Dämmung so überhaupt nicht kennt also da sind rohe Wände ähm und da ist eigentlich Feuchtigkeit immerzu da und trotzdem stehen die Anlagen halt auch schon 20-30 Jahre ne ähm und laufen noch also von daher hatte ich mir da hatte ich das dann wirklich mir einmal ganz am Anfang hatte ich mir da mal den Kopf drüber gemacht ähm noch bevor ich eigentlich oben mit dem Dachboden anfing und hab mir dann halt gesagt na gut wenn es bei denen läuft dann wird es halt auch bei mir laufen ne wird es sind definitiv schlimmere ähm Voraussetzungen als oben auf dem Dachboden bei mir und äh dachte ich mir so na gut dann wird das schon wird das schon klar gehen ne ja hab dann auch noch mal ähm die ganze Sache die ganze Sache angegangen mit den Energieberater denn es ist nämlich so dass tatsächlich im Energieausweis also im Dokument für dieses Gebäude ähm drin steht Dämmung ist hier nicht möglich oder nicht mehr möglich oder irgendwie so oder nicht weiter möglich keine Ahnung irgendwie so was steht drin äh und daraufhin hab ich damals ja oder ja was heißt damals ist gar nicht mehr so lange her hier mal jemanden einen Fachmann kommen lassen und der hat sich das dann angeguckt und hat auch gesagt ja es ist eine gewisse Außendämmung vorhanden und es ist nicht ähm so dass dieses Dach ähm ach was hat er gesagt diffusionsfähig ist oder irgendwie sowas ähm es quasi kein nicht belüftet ist äh irgendwie so ein bisschen ähm dass da ne Dämmung von innen angebracht werden kann und das heißt wenn ich da ne Dämmung drauf zimmere jetzt geh ich mal so ein bisschen auf die Dämmungsgeschichte ein wenn ich da ne Dämmung drauf zimmere ich hab einige Dächer gesehen wo das trotzdem gemacht worden ist und wo die Dämmung dann nach ein paar Jahren runter musste weil nämlich das Dach dann so ein bisschen pelzig wurde und ähm sich Pilz gebildet hat was dann auch gern mal das Dach zerfrisst also das Holz und deswegen wenn in einem offiziellen Dokument zu diesem Gebäude klipp und klar drin steht dass hier keine Dämmung mehr möglich ist wenn ein Energieberater sagt dass es hier nicht möglich ist von innen zu dämmen eben aus solchen Gründen dann werde ich tatsächlich den Teufel tun und auf Google wo sowieso du zu jedem Thema fünf Antworten findest die dann passen könnten werde ich definitiv das Haus nicht dämmen weil es sind genug Hinweise von gewissen Dokumenten vorhanden von von halt auch von dem Energieberater die Aussage der ja schließlich auch da oben in den Raum war ähm der das denke ich mir mal auch mit Berufserfahrung beurteilen kann höre ich da lieber darauf als auf Google also es ist nicht böse gemeint ähm aber ich hab nicht mal eben so 50.000 bis 80.000 Euro falls es dann doch schief geht ähm für ein neues Dach klipp und klar und deswegen wird da oben nicht gedämmt mit dem hab ich kein Problem ich hab selbst bei bei ein paar Leuten mal geholfen und alles ähm und das wäre jetzt für mich kein keine große Sache jetzt natürlich jetzt nicht wenn der Sommer jetzt ansteht dass ich mich da oben hinstelle aber ähm das wäre jetzt kein Problem Fakt ist ich werde da oben nicht dämmen wenn offizielle Aussagen sagen wirklich und ja wenn man sich mal so aufs Thema Google zurückzukommen auch mal so ein paar Fotos anguckt wie dann das Dach nach einer Dämmung die jetzt nicht dämmfähig ist also quasi irgendwie keine Ahnung dass es da Probleme gibt mal anguckt ähm da wird ein bisschen auch ein bisschen anders deswegen ähm werde ich das da oben nicht dämmen ähm also wie gesagt auch schön dass ihr da so ein bisschen dran gedacht habt ähm und bei vielen wird das möglich sein dass das Dach gedämmt werden kann bei uns ist es halt nicht möglich trotzdem aber danke weil klar das ist das erste woran man dann denken könnte ähm dass man da so ein bisschen die klimatischen Bedingungen ein bisschen ein bisschen stabiler kriegt aber wie gesagt es ist halt nicht möglich und im Gegensatz zu anderen lasse ich das dann auch und mach dann nicht den Versuch ob es klappt oder nicht weil das ist mir dann ein bisschen zu riskant weil wir sprechen da um Summen von 50.000 bis 80.000 Euro wenn nicht sogar noch mehr für ein neues Dach und ähm das ist es mir dann nicht wert trotzdem bin ich auf jeden Fall trotzdem dankbar wie ich schon gesagt habe ähm für die Kommentare weil ja das eine mit den anderen daher geht dass oben diese klimatischen Bedingungen nicht so ganz so geil sind dann und ich mir hier sagen muss ähm dass mir das dann irgendwo auch nicht wert ist also ähm ich werde jetzt nicht auf gut Glück da wie es auch wie es auch mit dem Dach eigentlich handhabe ich werde jetzt nicht auf gut Glück ewig weiterbauen um dann festzustellen äh hat doch nicht geklappt also so vernünftig sollte man dann auch sein und ich bin jetzt in einem Stadium und deswegen kommen wir auch so ein bisschen zum anderen Thema noch zurück ähm ich bin jetzt auf dem äh in einem Stadium wo ich zum Beispiel noch sagen kann okay nee das ist mir jetzt ein bisschen zu heikel und ja hab deswegen auch leider die Entscheidung getroffen dass ich dort oben in Sachen Modellbahn nicht weitermachen werde weil wie gesagt ich bin jetzt noch in einem Stadion wo ich ein Stadion in einem Stadion wo ich es noch ähm abbrechen kann ähm wo ich da jetzt auch wie einer so schön gesagt hat äh nicht so viel ist leer leergeld dann zahle und wenn ich jetzt äh weitermachen würde halt auch Zeit und Geld investieren würde um eine schöne schöne Anlage drauf zu bauen ähm und dann später feststelle hier verzieht sich was hier verzieht sich was hier verzieht sich was wäre ich sicherlich ja wer dann wer dann auch in der Regionale ist und das will ich nicht ähm deswegen ist leider jetzt die Entscheidung auch so gefallen dass ich dort oben an der modernen Bahn nicht mehr weitermache es ist natürlich schade für mich weil erstmal für mich weil ich mir gerne da oben was aufgebaut hätte ähm wenn es allerdings wirklich so ist wie jetzt auch viele sagen dass es ähm die idealen Bedingungen sind und ich meine ich glaube man kann nie eine ideale Bedingung schaffen ähm aber man kann zumindest sehr nah dran sein und das ist halt oben nicht möglich also ich hatte jetzt auch mal ein bisschen geguckt ähm wie ist überhaupt die Feuchtigkeit da oben ähm die ist jetzt natürlich aktuell wir haben gutes Wetter draußen es ist nicht zu heiß nicht zu kalt jetzt sind jetzt sind da ähm hatte ich eine Luftfeuchtigkeit gemessen von glaube ich 51 oder so aber das Thema ist ja eher auch dass dass das ähm ziemlich wechseln kann und ähm dass das halt nicht durchweg konstant gegeben ist ne und ich werde es jetzt tatsächlich so halten ähm dass ich da nicht mehr weitermachen werde oben auch wenn es schade ist auch wenn es für viele schade ist sicherlich ähm die hier zuschauen ähm weil wäre schon ganz spannend gewesen und für die Leute tut es mir jetzt halt auch ein bisschen leid ähm dass es da oben jetzt nicht weiter geht aber in allererster Linie wirklich tut es mir für mich leid ähm weil ich mache das ja auch aus Spaß und weil es mir Spaß macht und will da aber auch auf Nummer sicher gehen und ähm nicht dann irgendwann dastehen und zu sagen hier ähm ja jetzt ist halt scheiße weil jetzt jetzt passiert sich plötzlich alles oder keine Ahnung ähm oder Technik geht äh geht im Eimer und ähm da habe ich dann auch nicht so Lust zu glaube ich kann man kann man nachvollziehen ähm und auch Leute die das machen auch Leute die das machen dann die das dann durchziehen und dann keine Ahnung dann dastehen und wundern sich warum da nichts klappt ich werde es halt nicht so handhaben und jeder ein bisschen auf Nummer sicher weil am Ende steckt man Geld und Zeit dann rein und ähm ja ist halt wie rausgeworfenes Geld und da habe ich jetzt keine Lust zu wirklich es ist leider schade weil ich habe jetzt auch schon ein bisschen ähm was dafür gekauft bisschen ausgegeben gerade an Holz Holz ist nicht günstig ähm und Holz ist auch somit das Einzige was ich halt ähm nicht wieder kriegen kann irgendwie ähm das ist halt äh das ist halt da ähm wenn es jetzt aus finanzieller Sicht geht ähm aber die ganzen anderen Sachen ähm ich weiß noch nicht ich habe mich noch nicht ganz dazu entschieden weil ich habe tatsächlich ähm hier in den Räumlichkeiten jetzt keine andere Möglichkeit irgendwie ähm eine Bedellbahn aufzubauen es gäbe noch eine Möglichkeit auf einem zweiten Dachboden tatsächlich äh äh hä wieso wieder Dachboden ne ähm das ist ein Dachboden quasi direkt an unserem Haus dran das ist allerdings eher so ein Nebengebäude ähm im Hauptgebäude wurde ja damals das Dach erneuert und in dem Gebäude halt nicht in dem Gebäude ist wirklich noch ein ziemlich starres Dach dran wo ohne Probleme da eine Hinterlüftung da ist und ich da auch dämmen könnte ähm die Frage ist nur ob ich das dort sehe ähm denn der Dachboden dort hat aktuell eigentlich nur einen Zugang über eine kleine Luke und ähm es ist halt ziemlich viel Aufwand da müsste man mehr definitiv noch mehr machen ähm ähm weil es ist wirklich nur ich weiß nicht was es früher war ob das ähm eine Scheune war oder wer für eine Scheune ist eigentlich relativ robust gebaut aber ähm so ein kleines Nebengebäude halt wo unten drunter sind da Absteller und ähm Waschküche und oben drüber ist halt wirklich ein Riesenraum aber ähm der ist halt schwer zugänglich da gehen wir eigentlich auch nur mal drauf um mal zu gucken um mal nach dem Rechten zu sehen und alles ähm aber das ist ganz große Zukunftsmusik also wenn ich da irgendwie was anfangen sollte ähm dann werde ich das hier auf dem Kanal auch machen aber dafür müssen erstmal andere Voraussetzungen geschaffen sein oben auf dem Dachboden ist es wie gesagt nicht möglich zu dämmen und daran halte ich mich auch ja das wäre erstmal das dazu also wie gesagt leider Gottes ähm werde ich das Projekt hier erstmal einstellen und werde dann wie gesagt ich bin mir noch nicht ganz schlüssig ob ich die Sachen wieder verkaufen werde oder ob ich sie behalte für später mal ähm muss ich mal schauen weil ich weiß es tatsächlich noch nicht weil so unmassen viel ausgegeben habe ich jetzt auch noch nicht ähm und deswegen sage ich auch jetzt bin ich an einem Punkt wo das noch in Ordnung ist später ähm kaufst dir sämtliches Zubehör für Landschaftsgestaltungen und alles mögliche und hast dann eine Platte die halt auseinander fällt oder keine Ahnung ähm da habe ich dann auch nicht so wirklich was zu ja und an den Kommentaren wie gesagt also ich nehme jeden Kommentar wahr auch wenn der nur einmal drin steht ähm wenn einmal Klipp und Klage gesagt wird hier das geht nicht weil du das und das und dies und dies und ähm mach das doch vielleicht mal so und so das nehme ich alles auf und dann bin ich auch sehr dankbar drüber ähm es ist halt nur eine Sache dann ähm wenn man dann irgendwie keine Ahnung meinen Privatcheck daraus machen ähm ich weiß nicht ob das immer dann dem eigentlichen Sinne dient aber okay ähm ich habe mich dazu auch jetzt einmal geäußert und werde das nicht mehr machen weil ihr habt selber gesehen wenn ich lese das alles aber wenn ich was dazu zu sagen habe sage ich auch was dazu aber wenn dann wird es auch gerne mal ignoriert ähm weil ich weiß dann mittlerweile um was es geht ich habe das dann aufgenommen werde da demnach handeln wie ich es jetzt auch tue und ähm ich bin dafür aber für jeden Kommentar dann auch dankbar weil das halt mir auch weiterhilft äh und ich nehme ich gehe halt einfach davon aus dass das auch bei jedem in dem sein Interesse da dran ist der das dann reingeschrieben hat ähm bei mir ging es halt nur ähm darum wirklich ähm so einfach mal bei dem einen Kommentar wo ich drauf drauf eingegangen bin dass das dann halt eher so die Leute sind die dann schreiben keine Ahnung ja ähm ich habe dann nach nach zwei Minuten abgeschaltet und ähm ich finde das dann immer so lustig dass wir dann trotzdem nochmal zwei oder drei Minuten finden nochmal in die Tastatur zu hauen was dann wo ich mich frage ja dann guckt doch einfach was anderes aber naja ähm das sind eigentlich ja die Leute die jetzt dann nichts wirklich dazu beitragen und halt einfach nur mal sagen hallo hier bin ich das war eigentlich das worauf ich bezogen habe nicht auf die ähm nicht auf die Kommentare jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt mal ähm reinschaue ähm von dem Steffen zum Beispiel der das ja mit den mit der Dämmung so ein bisschen ins Rollen gebracht hatte ähm darüber bin ich sehr dankbar und das würde ich dann einfach nochmal dazu sagen also ich sehe jetzt nicht jeden Kommentar der da irgendwie als Hilfestellung ist gleich als Klugscheißer Kommentar nur weil es mal jemand anders reingeschrieben hat ja ihr seid ja überall als Klugscheißer das überlasst bitte mir dass ich das ähm für mich einschätze ähm und dass ihr das nicht gleich auf darauf bezieht dass es quasi von mir kam dass ich jetzt jeden als Klugscheißer sehe ähm das ist Quatsch mir tut es halt jetzt auch nur für die Leute wie zum Beispiel jetzt für den Holger ähm der hier immer gerne zugeschaut hat ähm und dass das halt nicht weitergeht aber es ist auf jeden Fall die beste Entscheidung weil ähm es ist halt schade äh es ging jetzt noch nicht so richtig beziehungsweise es endet bevor es eigentlich richtig losgegangen ist aber man sollte halt dann auch irgendwie vernünftig sein und das auch mal einsehen und da nicht krampfhaft irgendwie versuchen was was zu zu machen ähm was da nicht geht ne wie gesagt es wäre kein Problem wenn ich da oben eine Dämmung machen könnte dann würde ich das auch machen und dann könnte das Ganze weitergehen aber es geht halt einfach nicht übrigens der Steffen hat auch geschrieben eine Außendämmung für ein Dach gibt es nicht das ist auch falsch ich bin allerdings stark am bezweifeln dass ich eine Außen eine wirkliche Außendämmung ähm dort habe also so wie sie eigentlich sein sollte ich weiß ja nicht was die Vorbesitzer da gemacht haben keine Ahnung weil es gibt eine es gibt eine Außendämmung für das Dach es nennt sich Aufsparendämmung und ähm ist dort dann quasi genauso ungefähr genauso ein genauer Fachmann bin ich da halt auch nicht ähm wird halt ungefähr genauso wie eine Zwischensparendämmung zum Beispiel gemacht und ähm wird halt dann halt nur von außen aufgesetzt ähm aber ich bezweifle stark dass ich eine Aufsparendämmung habe weil das ist dafür ist es zu dünn ähm wäre natürlich geil herauszufinden ähm was hier für ein Dachdecker damals am Start war der das hier gemacht hatte weil wir haben sie in Auftrag gegeben wir haben das Dach nicht erneuert das waren noch die Vorbesitzer und dass der mir dann mal so ein bisschen was dazu erzählen könnte weil ähm eine gewisse Dämmung muss es haben weil sonst wäre es ähm diffusionsfähig also belüftet und das Problem ist halt dass wenn wir da eine äh wenn wir da ähm eine Dämmung reinpacken dass dann halt keine Luft drankommt das würde sich die warme Luft zum Beispiel würde sich stauen und würde Feuchtigkeit bünen und ja wie wir festgestellt haben ist Feuchtigkeit und Holz nicht so das geilste und ähm deswegen halt ja also wie gesagt ähm ich bin für diese Kommentare durchaus dankbar und ähm sehe das nicht als klugscheißen an ja haben wir sonst noch irgendwas auf der Tagesordnung ähm ich wollte das halt einfach mal mal klarstellen ähm und ich mache das nicht so gerne in Kommentaren weil wie man sieht ähm versteht man da auch gerne mal was falsch und deswegen mache ich das hier auf die die Weise immer ja ansonsten ähm wie gesagt tut es mir halt wirklich leid dass wir das Projekt hier einstellen aber die Vernunft liegt halt da so ein bisschen da und wie geht es sonst auf meinem Kanal weiter ja für alle die die meinen Kanal kennen ähm wird es jetzt dann eher wieder ein bisschen ein bisschen mehr von Gaming geben ähm weil ich dafür jetzt wieder Zeit habe ähm so wäre ja jetzt die Modellbahn jetzt im Haupt oder Grund gewesen okay jetzt wisst ihr einmal so ein bisschen Bescheid bin mal wieder auf die Kommentare gespannt denn da würde lustige dabei sein aber wie gesagt ähm seht es mir nach ich lasse da einfach die Vernunft weiten und ja ansonsten ähm heute ist Sonntag äh ich wünsche euch noch eine schöne nächste Woche und mir kommen dann halt wieder die gewohnten Videos ähm die jetzt äh eigentlich geplant waren eher ein bisschen weniger zu sein da werde ich dort weitermachen also keine Sorge der Kanal einfach überleben wird weitergehen und ähm es ist ja auch nur ein Kanal aus Hobby ähm Hobbysicht jetzt sehe ich verdienen damit kein Geld oder so ja dann bedanke ich mich erstmal für das Zuhören äh heute war ja eher eine Laberstunde ja dann wie gesagt euch eine schöne Woche und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal